Wie kamst du auf so eine Idee, dies zu machen, diese Kitchen-Party? Ja, das ist so, wir machen selber gerne Party, wir kochen gerne gut, wir essen gerne und von dem her ist auch ein Dankeschön an die ganzen Stammgäste, auch was mal in einer anderen Form zurückzugeben, in der Partystimmung halt und auch eher für das jüngere Publikum auch. Natürlich cool, wenn man die Jungs einladen kann, aus Hamburg, aus Zürich, aus überall, das ist schon cool. Hast du besondere Erwartungen an heute? Ja, viele zufriedene Gäste und eine Riesenstimmung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.